Was ist Staffelarbeit? Auch Staffelarbeit hat zu tun mit Zeiteinteilung der Arbeit. Staffelarbeit bedeutet ein Wahlrecht. Ein Wahlrecht für den Arbeitnehmer. Und zwar, und jetzt gebe ich ein Beispiel, das ist am besten an einem Beispiel zu erklären. Zum Beispiel, erste Alternative, 8 Uhr anfangen und bis 16 Uhr arbeiten. Oder, andere Staffel, 9 Uhr bis 17 Uhr. Hier zwischen diesen beiden Alternativen, zum Beispiel, kann er sich entscheiden, kann der Arbeitnehmer sich entscheiden. Und das nennt man Staffelarbeit. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.